mohr leute herz liebe gut seine neue folge laptop tycoon hier geht es um laptop zu verkaufen mit arbeiter und so weiter ihr wollt alles in diesem video sehen was es zu sehen gibt wartet leute ab eipel forschung ich muss gucken wie das geht leider mit auch etwas ich habe mich das für leute wenn man los mac ios Und jetzt. Mal gucken, was das bringt. Mal gucken, was das macht. Also Forschung. Mal gucken, was vom Büro. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. das erste ich höre nur applaus mac ios ja mal gucken wieviel dollar wir verdienen wir haben 750 milliarden ja gut wir hatten minus aber jetzt wir holen alles wieder ein so mein prozess noch meine laptops gut leider wäre es doch noch ein ich hoffe ich weiß ich 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 prozessor ne ich bin jedes von mindestens sein ich werde so arm sein werden jetzt würden sehen jetzt auch bei steam wollen ist nicht kostenlos ja 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 los 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 noch nicht an zu beschaffen das nicht alles wenigstens nur so wenig wach haben wir dann oh ja Fortschrung Arbeitsspeicher So, Leute, wir machen den Rest hier alleine Also mein Laptop, also was ich gestiert habe, da wird es gut verkauft Wow So, Leute, wir machen den Rest hier, da wird es gut verkauft Ach, wer kennt das, wenn das Akkus so leid, ich laden raus Also die Akkus müssen echt immer laden Gehört leider So, wir machen den Rest hier, da wird es gut verkauft Windows Produktion Alle Bugs müssen beruhigen werden Dass alle gute Bewertungen geben Ja, genau Ähm, mitarbeiter Ja, das ist gut, aber es macht mich auf meinem Laptop also ja halt und das würde eine koffer freitig wenn wir mit versorgt sind wir mal angucken Vielen Dank. Leute, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ach so. Ja, aber auch nicht gut verkauft wahrscheinlich. Ja, ich hätte eben Pech. Mehr Akkulaufzeit. Ja. Ja. Passo. Oh. wir machen das jeden tag immer weiter und so weiter und so fort halt lebt auch an tipps genau wo sagen wir doch alles warte ist das nicht wie viel die kosten so leute das letzte machen wir noch und dann wird's und dann beende ich dieses video wenn das alles fertig ist mitarbeiter so können wir fans wenn sie oh das rostet alles aus also an so 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 büro upgrade über 200.000 dollar ich wollte es nicht warten wir gucken erst mal kurz mit aufer leute das war es jetzt mit diesem video das gleiche und dann auch da ciao